Lasst uns über die Zukunft reden. Synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Das ist nicht nur die Zukunft der Medizin, sondern der Menschheit. Sie studieren Medizin an einer der besten Universitäten Deutschlands. Hi, ich bin Mia. Willst du mir? Normalerweise nicht vor dem Frühstück. Frühstücker, fuck, ich muss ins Bett. Willkommen in der WG. Was ist das? Ist ein Bio-Piano. Hey, wie geht's? Gut, abgesehen davon, dass meine Mitbewohner mich vom rechten Weg abbringen wollen. Ich habe auch ein kleines eigenes Labor. Warum leuchtet Mende? Weil ein Gen für ein fluorescines Protein in sich trägt. Du hast dich aber für Lorenz' Bio-Grundkurs eingeschrieben, weil du Karriere machen willst. So wie sie. Oh ja, aber ich bin genauso mysteriös wie du. Willkommen im Team. Es ist unsere Verantwortung, die Welt der Zukunft zu gestalten. Was macht ihr sonst noch hier? Sachen, die man in der Uni nicht machen darf. Was weiß ihr eigentlich von unserer Arbeit? Nichts. Du hast ein Geheimnis. Professorin HC Lorenz. Unternehmerin. Visionärin. Ich mach sie fertig. Was haben sie mit uns gemacht? Wer bist du? Seid die Schöpfer von morgen. Hobe. 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 Wobe. Tja. Untertitelung des ZDF, 2020